sprechen wir jetzt einmal über die FED-Sitzung in der aktuellen Woche wir hatten ja am Mittwoch Zeit der Federal Reserve in den USA wir wissen ja die Zinsen wurden nicht geändert aber die Pressekonferenz das ist natürlich etwas das immer sehr sehr wichtig ist und immer eine hohe Marktbeachtung findet deshalb schauen wir mal zum einen auf das FED-Statement und schauen dann wie man vom FED-Statement beispielsweise hier zum Trade im Euro-US-Dollar gelangen kann das Ganze wie immer aber unter Anwendung vom Risikohinweis den bitte ich in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen sie wissen es der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin der kann zu Verlusten führen in den kommenden Minuten sprechen wir wie avisiert über das FED-Statement im Detail und dann einmal einen Weg wie ich persönlich solche Sachen auch angehe auch her von der Grundplanung generell wie ich mich auf so einen Trade vorbereite was ich dann im Chat mache und wie ich persönlich je nach Zeithorizont auf solche Dinge mit reagiere schauen wir nun im ersten Punkt einmal auf das FED-Statement im Detail was gab es hier an dieser Stelle zu sehen da schalte ich gleich mal um und gehe mal rauf auf meinen kleinen Spickzettel den ich mir dazu geschrieben hatte ja wir haben es gesehen oder gehört im Vorfeld zu den Nachrichten der Markt ist nicht wirklich davon ausgegangen dass die FED die Zinsen nach oben erhöht es gab sogar einige Marktteilnehmer die sind von einer Zinssenkung ausgegangen warum weil wir im Vorfeld gemerkt hatten oder Nachrichten bekommen hatten dazu dass die Inflation in einer Art und Weise hier sich entwickelt die der FED nicht ganz so gut gefällt aus diesem Grund sind so ein paar Gedanken gestreut wurden in den Foren möglicherweise könnte es hier sogar zu einem Schritt nach unten kommen aber dem ist nicht so gewesen doch im Vorfeld war es halt so gewesen wir hatten hier zu sehen dass der Markt erwartet hatte dass der US-Dollar schwächer wird und die Aktien höher gesehen werden könnte aber dem kam dann nicht so was haben die Währungshüter gemacht die haben ein bisschen an der Zinsschraube gedreht aber hier nur an einer Zinsschraube am Bereich der Überschussreserven also dort wo die Banken sozusagen ihr Geld über Nacht mit parken dieser Zinssatz wurde überraschenderweise gesenkt das hat dann natürlich ordentlich Bewegung gegeben gegeben im Vorfeld aber dann kam es zur Pressekonferenz und die Pressekonferenz die hat dann dafür gesorgt dass sich das Blatt schlagartig gewendet hat das heißt hier wir haben ja im Vorfeld einen schwächeren US-Dollar gesehen das konnte man sehen dass der Euro sehr sehr stark angestiegen ist und dann kam die PK und in diesem Moment hat der US-Dollar seine Verluste alle wieder aufgeholt aber auf der anderen Seite ist sozusagen die Wall Street unter Druck geraten wir haben es ja heute Morgen im Morning Briefing auch gesehen der S&P 500 beispielsweise der hat an diesem Tag deutlich Abwärtsbewegung nach unten auch gesehen und erst dann als die Pressekonferenz auch angefangen hat Euro US-Dollar, britisches FundUS-Dollar haben die anfänglichen Gewinne wieder abgegeben na klar der Dollar ist wieder schwerer geworden und dadurch konnte das Ganze gewendet werden und auch in diesem Bereich ein Blick auf die 10-jährigen Zinspapiere die sind durch die Zinssituation plötzlich wieder angestiegen und auf einen Wert von 2,5 geklettert in der Pressekonferenz gab es dann natürlich auch noch die Informationen zu den Details dafür ist die Pressekonferenz ja auch da was haben wir gesehen wir haben hier die Gründe für diese genannten Dinge gesehen wir haben die Aussage von Herrn Paul bekommen dass die niedrige Inflation mit guter Wahrscheinlichkeit nur temporär ist heißt also man rechnet mit einer Rückkehr der Inflation im laufenden Jahr auf die 2% das ist also das Statement von Herrn Paul gewesen das war zu erwarten dass etwas in diese Richtung kommt und hier haben wir halt auch genau diese Dinge gesehen Herr Paul hat auch gesagt dass er die Wirtschaft weiter gut in Schuss sieht Dinge wie Arbeitsmarkt und Wachstum haben die Erwartungen der FED auch übertroffen das haben wir ja auch im letzten Biespuk gesehen das sind wichtige Fakten und die Wirtschaft die brummt halt einfach und es ist auch noch ein weiterer vorteilhafter Punkt mit Blick auf die Wirtschaft in Übersee wir sehen es gibt mittlerweile positive Signale im Handelsstreit zwischen der USA und China und wir haben hier die Situation dass sich Europa auch langsam in kleinen Schritten erholt so sieht es hier die FED und das Thema der Brettverhandlung also der Verlängerung dass sich der Brexit hier nach hinten raus schiebt auch das wird positiv gesehen das war sehr sehr wichtig zu hören und das hat dann den Dollar wieder gestärkt ein sehr sehr ja sag ich mal interessanter kleiner Nebeneffekt war auch noch dass der Herr Paul auf den Tweet von Herrn Trump auch eingegangen ist der Trump hat sich ja gewünscht dass die Zinsen gesenkt werden um den halben Basispunkt um die Wirtschaft so richtig schön zu befeuern hier hat die FED das Statement auch gegeben die FED ist nicht getrieben vom Weißen Haus naja das kann man sehen wie man will aber auf alle Fälle macht die FED momentan nicht das was Herr Trump möchte und das ist in meinen Augen auch gut so und das sollten wir auch so erkennen also das hier an dieser Stelle mal die interessanten Themen aus der FED Sitzung die wir am Mittwoch gehabt haben und in diesem Punkt gehen wir dann auch wieder direkt zurück in die Charts das heißt wir schauen jetzt hier wieder hinein in den Trade Euro US Dollar hier also erst einmal im Bild gleich schauen wir in die tickenden Charts auch rein wir sehen hier den Euro US Dollar in seiner aktuellen Ausdehnung und das ist das Interessante was man hier sehen kann und diese Kerze hier das war die Kerze am Tag der FED Sache tagsüber ordentlich hochgelaufen und mit der PK gab es dann den Abwärtsdruck und das Ganze das ordnen wir jetzt einmal ein in die aktuellen Trendverläufe und schauen mal wie man mit sowas immer auch relativ entspannt seine Trades planen kann und seine Trades entsprechend auch mit findet heißt also hier rein in den Chart von Tickmill hier wie immer mit dem Stereo Trader Add-on den können sie ja hier bei Tickmill neben den super Konditionen und echt genialen Preisstellung ebenfalls kostenfrei mit nutzen wenn sie das Konto kapitalisieren also das sehr sehr interessant jetzt muss ich hier nur noch umschalten und den Chart vom Euro US Dollar rüberholen und da sehen wir schön das laufende Bild an dieser Stelle also hier mit Blick in den langfristigen Chart wir sehen es hier eingezeichnet die Dynamik ist weiterhin abwärts gerichtet wir sehen hier auch verschiedene Trendgrößen ineinander fließen das heißt hier können wir auch als Händler mit verschiedenen Zeithorizonten immer wieder schön agieren und aktuell jetzt auch wieder ganz in Ruhe über die Swings das Ganze mit Traden beziehungsweise an wichtigen Widerständen auch als Händler aktiv werden und wie das geht schauen wir jetzt mal rein ich zoome das Bild nochmal an wir blicken jetzt hier auf genau diesen Mittwoch wenn wir uns diesen Chart jetzt mal anschauen möchte ich mal noch eine kleine Hilfe hier an dieser Stelle mit einzeichnen auf was möchte ich eingehen das große übergeordnete Bild an dieser Stelle ich hatte es schon gesagt ist abwärts gerichtet wo kommen Händler immer wieder ins Straucheln die noch nicht ganz so Erfahrung haben hier oben an solchen Punkten wir haben hier den laufenden Abwärtstrend gehabt der laufende Abwärtstrend hatte hier an dieser Stelle technisch gesehen seinen Hochpunkt hier gab es dann eine Gegenbewegung die hat diesen Trend gebrochen was machen dann unerfahrene Händler die gehen long was hat der Markt gemacht da hat das Ganze als Widerstandslevel gesehen hier oben haben sofort Verkäufe eingesetzt und den Markt nach unten getreten also hier was ist passiert Nummer 1 das zeichne ich jetzt hier mal ein hier an dieser Stelle hat sich der erste Schub nach unten und zwar ordentlich ergeben ich muss hier nun mal eine Farbe wählen mit der wir nachher gut was anfangen können was nehme ich für eine Farbe ich nehme das hier mal in diesem Lila Ton hier ich hoffe man kann es am Ende gut sehen und dann hat sich wieder der Markt in die Gegenrichtung entwickelt heißt also hier das der erste Schub danach die Gegenbewegung die hat ihren Stop gefunden in einem Bereich hier oben bei 1,13,236 auch hier das war ein kleiner Swingbereich spielt jetzt hier in diesem großen Bild keine große Rolle mehr aber interessant zu sehen was kam dann dann kam der Schub nach unten so und dieser Schub nach unten den haben wir gesehen hier ins Tief hinein und von diesem Tief an gab es dann wieder eine Gegenbewegung und jetzt kann man halt bei so einer Gegenbewegung einfach mal schauen wie weit könnte die denn laufen dann haben wir zum einen natürlich erst einmal hier das Ausbruchsniveau über dieses Tief hier unten dann wie immer hier diesen Schwungbereich das ist die Marke von 1,12 ist ein sehr sehr wichtiger Bereich und darüber hinaus muss man einfach schauen wie sieht denn der untergeordnete Trendverlauf aus so und da gehen wir jetzt mal noch einen Schritt weiter und zeichnen mal den weiteren Trend ein das heißt je näher man an einen Markt ranrutscht je sinnvoller ist es auch die kleineren Trends mit zu betrachten zumindest was wichtige Staubereiche also Widerstände und Unterstützungen angeht und das schauen wir uns jetzt mal an indem wir sagen schaut mal hier das war eine Bewegung nach unten abwärts gerichtet also wieder in Richtung des übergeordneten Trends dann kam es hier zur Korrektur und diese Korrektur hat ihr Ende gefunden hier oben im Bereich um die 1,12,6 danach kam es zur deutlichen Bewegung nach unten das hat dann hier den Ausschlag gegeben dass wir wirklich wieder unter diesen wichtigen Marktpunkten reingelaufen sind und dann kam es zur korrektiven Phase wenn man sich jetzt diesen Trendverlauf mal anschaut dann schaut man einfach wie weit kann denn so eine Korrektur gehen ohne diesen Trend kaputt zu machen und da haben wir halt hier oben diese Marke um die 1,12,6 da haben wir als Korrektur hoch gehabt und da ist der Markt reingelaufen und was ist dann dort passiert wenn wir so einen Punkt überschreiten genau wie hier oben wenn da keine Stärke reinkommt dann ist das ein gutes Zeichen dafür dass der Markt hier erstmal wieder runter will und das haben wir hier in massivster Art und Weise gesehen und das ist etwas wie man seinen Trade gut planen kann was haben wir hier an diesem Tag gesehen das sehen wir wieder sehr sehr schön indem wir mal hier in den Stunden Chart reinschauen wir haben im Vorfeld der Fettsitzung gesehen dass der Dollar also der Euro Dollar sehr sehr schön nach oben angestiegen ist deswegen weise ich auch immer auf diese Nachrichten hin und wenn wir genug Zeit haben dann können wir diese Vorbereitung des Marktes nach oben hin auch mit traden wer das gerne möchte in dem Moment wäre es halt eine korrektive Phase gewesen hier hat sich der Aufwärtstrend nach oben schön entwickelt und schön nach oben geschoben diesen Abwärtstrend hier unten auch beendet also alles schick in diesem Bereich das heißt was man hier gut machen konnte ist entweder fix hier unten ein Abstauber Limit reinpacken oder aber hier mit dem Bruch dieses Levels oben die Position in die Long Richtung eröffnen das wäre hier die Korrektur Variante gewesen für diejenigen die sich aber sagen nein ich möchte die Korrektur am Laufen lassen und suche meinen Entry lieber an guten Punkten in Richtung des Trends der muss einfach mal schauen was passiert denn hier am alten Hoch und das muss man sich genau auf der Zunge mal zergehen lassen das ist ein Widerstand und genau in diesem Widerstand ist der Markt reingelaufen und hat dann nach unten gedreht und an dieser Stelle kann man diese Chartmarken immer sehr sehr schön als Vorbereitung nutzen für die Trades und das heißt an dieser Stelle man kann je nachdem welchen Tradings die man fährt sagen okay man geht hier oben legt hier oben Abstauber Limits rein dass man sagt okay wir haben jetzt eine extrem tiefe Korrektur möchte jetzt hier oben reingehen da hat man in diesem Moment weil die Fettsitzung aber noch kam immer so ein kleines bisschen das Risiko ja dass der Markt doch mal massiv gegen einen Spike ja das spielt jetzt aber in diesem in diesem Zusammenhang keine Rolle weil wenn man sich das große Bild einmal anschaut muss man einfach auch sehen was möchte ich denn traden und wer in diesen großen laufenden Trend reintreten möchte der hat hier an dieser Stelle halt einfach auch eine Chance aus einer guten tiefen Korrektur in den Markt hinein zu gehen und da wäre das nun mal der erste Punkt gewesen unabhängig von den Nachrichten sondern rein aus technischer Sicht das wäre der erste Entry gewesen die erste Entry Möglichkeit das wäre hier Punkt Nummer 1 gewesen das war der erste Schlag Punkt Nummer 2 für diejenigen die es nach der Devise machen erst die Nachricht dann der Markt dann ich die lassen einfach den Markt mal kommen heißt also hier der Markt ist ja hier nach unten gelaufen was kam als nächstes als nächstes kam die kleine Gegenreaktion hier wieder rein in diesen wichtigen Staubereich um die 112 und danach kam die Dynamik nach unten und das ist das was aktuell am Laufen ist das heißt hier kann man sehr schön sehen wie sich an dieser Stelle hier unten der Abwärtstrend gebildet hat der Aufwärtstrend ist definitiv rausgenommen durch diesen starken Schub nach unten und dann kann man sagen gut hier unten wenn die Kurse dann tiefer runterfallen dann haben wir ja die Bestätigung dass der Markt nach unten möchte und das wäre dann hier in diesem Maße der zweite Schub von dem man dann entsprechend auch profitieren kann und das Ganze ins Portfolio rein laufen lassen kann der Trade wie schon gesagt ist angelaufen das Signal wurde getriggert nun kommt es halt darauf an was der Markt daraus macht aber wir haben die Chancen hier auf unserer Seite gerade wenn man sich das Ganze mal in einem Raffer anschaut auch dass hier der Markt wirklich sehr sehr schön nach unten trendiert sind wir jetzt wieder auf dem Weg nach unten in hier zum Tief was wir in diesem Jahr hatten also das ist doch eine interessante Sache und so kann man seine Trades immer wieder suchen also immer schön die tiefen Rückläufe in einem Trend anschauen die Umkehr beachten und dann in Richtung des Trends mit reingehen das ist eine der Art und Weisen oder eigentlich die Art und Weise wie ich hier meine Swings suche wo ich mich dann entsprechend den Trends auch anschließe und da wir hier ja nicht nur den DAX und den Euro traden sondern gute 80 Instrumente als Traderinnen und Trader zur Verfügung haben gibt es da auch jeden Tag Dinge die wir hier mit umsetzen können also an dieser Stelle der ja Austausch zu den Ideen vom FED Statement zum Trade im Euro US Dollar das Ganze konnte man übrigens auch sehr sehr schön sehen wenn man sich mal den S&P 500 anschaut hier genau das gleiche das möchte ich nochmal ganz kurz zeigen wir haben hier an dieser Stelle die FED Sitzung gehabt und was kam die FED Sitzung hat dafür gesorgt dass der Markt das große Bild nach unten geschoben hat wir hatten hier unten das letzte Korrektur Tief dieses laufenden Aufwärtstrends hier oben haben wir schon schön die Top Bildung gesehen und dann gab es den großen Rutsch und dann die korrektive Phase und sowas kann man da nutzen kurzfristig wenn der Markt dann aus so einer Flagge das hier ist ja dann hier eine schöne Bären Flagge an dieser Stelle auch gewesen wenn dort der Ausbruch nach unten kommt dann kann man sich hier auf die Lauer legen und das Ganze schön nach unten kurzfristig auch mit traden also all das hier geht natürlich auch immer um die entsprechenden Indizes die Art und Weise wie ich es betrachte ist immer die gleiche das heißt wir machen immer das gleiche nur an anderen Stellen ich hoffe es hat den ein oder anderen guten Input gegeben für die Planung der eigenen Trades und wie schon gesagt ich lade alle die hier zuschauen noch ein geben sie der Seite von Tick mir hier auf Facebook ihr Like und verpassen sie nichts in den morgendlichen Handels Ideen es macht wirklich Spaß und Freude hier regelmäßig Erträge aus den Märkten zu ziehen in diesem Sinne heute ist Freitag allen einen schönen letzten Handelstag der kurzen Woche einen guten Start ins Wochenende und bis nächste Woche Montag und bis nächste Woche einen schönen Tag